Kapitel 12 Rondos Mission Ich wusste doch, dass ich euch beide hier finden würde. Aufwachen, ihr zwei! Rondos Weckruf ließ mich aus meinen Träumen aufschrecken. Offensichtlich war ich noch am Kliff eingeschlafen, genau wie Mira, die neben mir gerade wach wurde. Es freut mich zwar, dass ihr euch offensichtlich vertragen habt, aber trotzdem müssen wir heute noch weiter. Ich habe vor innerhalb der nächsten zwei Wochen diese Reise beendet zu haben. Innerhalb von zwei Wochen, solange wie es bis zu diesem Punkt gedauert hatte, war diese Planung ziemlich knapp, wenn man bedenkt, dass wir noch drei Tiere finden wollten, wozu wir erst einmal einen anderen Kontinent bereisen mussten. Anschließend die Reise nach Irylius und die Beschwörung des Gottes der Harmonie. Aber es war auch verständlich, dass Rondos Alec hatte mit seinen Plänen. Wo sind die anderen? Schon auf dem Weg zum Strand. Folgt mir, damit die Gruppe endlich wieder zusammenstößt. Auch Mira wickte inzwischen hellwach. Da führt es wirklich Zeit. Also los, Rubin. Die Gruppe braucht dich. Entschlossen stand ich ja auf. Nach Süden, richtig. Exakt. Also auf. Wie vermutlich zu erwarten, da wir uns immerhin bereits direkt am Meer aufhielten, dauerte es nur Minuten, bis wir einen weiten Kiesstrand erreichten. Der mitten ins Meer führte, aus welchem die Sonne noch nicht ganz aufgestiegen war. Die drei restlichen Mitglieder der Truppe waren bereits hier. Gerade Wind wirkte relativ erleichtert über unser Auftauchen. Du bist noch da, Rubin. Ich dachte beinahe, du willst nicht wiederkommen. Ich rechnete bereits mit einer zynischen Bemerkung von Erra. Doch tatsächlich schwieg sie. Mira klärte mich flüsternd auf. Auch wenn sie es nicht zugeben will, sie ist ziemlich beeindruckt von dem, was du gestern getan hast. Gerade da sie also auf ihr Gesetz besteht. Sie will sich nur nichts anmerken lassen. Ja, Sons Reaktion hingegen zeigte mir nur erneut. Wie das Verhältnis zwischen uns wohl inzwischen aussah. Es überrascht mich auch. Ich dachte gestern Abend hätte gereicht, um dich zu verscheuchen. Das hätte es auch fast. Aber zum Glück gab es noch jemanden, der mir gezeigt hat, dass nicht jeder mich für Schmutz hält. Der Schock in seinem Gesicht überraschte mich ehrlich gesagt ein wenig. Ein weiteres Wort kam jedoch nicht. Zumindest nicht von ihm. Also, Jason, wir sind am Meer. Du weißt, was du zu tun hast. Ohne etwas zu sagen, entstand am Rande des Meeres eine Brücke. Genau wie auf unserem Weg nach Perinium. Wir alle traten auf die Ranken und die Reise ging weiter. Nach Südosten müssen wir. Nun, Rubin, sobald wir da sind, übernimmst du wieder die Führung. Ich denke, die Wegbeschreibung großer Berg müsste genügen. Bereits durch diese Aussage hatte ich ein Bild vom letzten Kontinent, welchen wir sehen würden, im Kopf. Und nach einigen Stunden der Reise übers Meer zeigte sich, dass dieses Bild korrekt war. Und auch Rondos Beschreibung mehr als genau. Bereits aus der Ferne war der riesige Berg das erste, was ich von Pentalana blickte. Wie ich bereits sagte, dieser Berg ist unser Ziel. Brechen wir auf, dann sind wir in nur wenigen Stunden dort. Diese Behauptung Rondos sollte sich als wahr herausstellen. Ich lief an der Spitze der Gruppe, so wie Rondo es wollte, Mira direkt an meiner Seite. Der Rest war wieder einmal relativ unsortiert hinter uns. Die Reise zum Berg dauerte wirklich nicht lange, doch... Das riesige Monument der Natur brachte in mir einige Fragen auf. Wie konnte etwas so Mächtiges durch die Natur entstehen? Welche Wesen nannten so einen Ort ihr Zuhause und am allerwichtigsten... Wie zur Hölle sollen wir da raufkommen? Es war recht offensichtlich, dass auch andere aus der Gruppe meinen Gedanken teilten. Und damit meine ich... Alle außer Rondo. Beruhigt euch! Alle! Und hört mir erst einmal zu! Stille kehrte ein. Gut. Wenn ihr mal kurz abwarten würdet, dann wisstet ihr, dass ich heute mal nett zu euch sein will. Ihr habt etwa 20 Stunden. Erra war wieder einmal die erste, um sich zu beschweren. 20 Stunden bis da oben? Bist du komplett durch? Lass mich ausreden, verdammt! Ihr habt 20 Stunden Pause. Auch wenn ich dich wirklich gerne mitschleppen würde, Erra. Aber zumindest habe ich dann auch mal eine Pause von dir. Ich gehe da alleine hoch. Ich kann fliegen, das macht es einfacher. In spätestens 20 Stunden müsste ich wieder hier sein. Hat jetzt noch jemand Beschwerden? Nun, ich denke, es ist relativ eindeutig, dass alle sich mit noch einer Weile Ruhe gut abfinden konnten. Dachte ich es mir doch. Aber wenn ich wieder hier bin, sollen bitte auch alle versammelt sein, klar? Ich werde dann eine neue Begleiterin mitbringen. Offensichtlich waren ihm Erras Gedanken vollkommen egal. Als er noch eine Frage beantwortete, von der er wusste, dass wir sie uns alle stellten. Und ich bin optimistisch, dass sie unser Team mehr bereichern wird als unser letzter. Zwischenfall. Bevor die Angesprochene sich beschweren konnte, war Rondo bereits weg. Einige Stunden Pause waren definitiv nichts, was ich ablehnen wollte. Und es wäre eine gute Gelegenheit, die Zeit nachzuholen, die ich und Mira im Verlauf der Reise bereits verloren hatten. Rondos Sicht Die Lust auf irgendwelche Beschwerden war mir schon lange vergangen. Dementsprechend verließ ich die Gruppe, bevor noch weitere von ihnen folgen konnten. Also bin ich wohl für den nächsten Teil dieser Erzählung dran. Also ich begann meinen Aufstieg so schnell ich konnte. Je weniger Zeit wir noch verloren, desto besser. Zu schnell konnte ich allerdings nicht sein, da ich dem Berg sehr nahe bleiben musste und nicht gerade nach oben fliegen konnte. Daran war der Wind schuld, der in derartigen Höhen zu stark für einen schwachen Schmetterlingskörper war. Wenn ich doch endlich nur wieder wahr werden könnte. Aber egal, mein Aufstieg begann. Es wäre einfach nur eine unnötige Zeitverschwendung, jemand anderen mit auf diese Wanderung zu schleppen. Außerdem wusste ich, dass einige von ihnen die Pause wirklich nötig hatten. Gerade Rubin. Ich wusste, dass er selber nicht verstehen konnte, warum ich handelte, wie ich es tat. Er verstand nicht, wie ich ihn nun unterstützte, mit ihm mitfühlte. Nun, wo er das Wissen hatte, dass ich derjenige war. Dass er derjenige war, der mich in mein Gefängnis verbannt hatte, aus dem Jason mich befreite. Und ich erwartete auch nicht, dass er es jemals verstehen würde. Niemand würde Gnade oder Vergebung von einem Gott der Dunkelheit erwarten. Kein Wesen konnte mich wahrlich verstehen. Aber alles hatte schon damals im Krieg begonnen. Ich stand mit einigen Tieren in gutem Kontakt. Viele von ihnen Vorfahren der heutigen Begleiter der Gruppe. Und immer noch frage ich mich, wann in Erras Blutlinie etwas so schief gehen konnte. Und damals traf ich auch diesen Wolf. Einsam, aber stark. Ein Feuerelementar, wie er im Buche steht. Rubin. Er war damals wahrlich ein undurchschaubarer Charakter gewesen. Geprägt von Narben seiner Vergangenheit. Was ihm jedoch alles zugestoßen war, fuhr ich nie sicher. Vielleicht ist es aber auch besser so. Er war eines der wenigen Tiere, die je selber auf mich zukamen. Ohne Angst vor meiner Macht. Er sagte, er wolle sich mir anschließen im Kampf gegen die Menschen, die ihm alles nahmen. Das waren seine Worte. Bereits damals erkannte ich eine gebrochene und doch reine Seele. Es war zugleich das erste Mal, dass jemand wahrlich Teil des Krieges werden wollte. Von daher überlegte ich gar nicht erst wirklich, ob ich ihn aufnehmen sollte. Das Feuer in Rubins Augen überzeugte mich. Der Wolf, der sich als Rubin vorstellen würde, wurde ein treuer Begleiter im Verlauf des Krieges. Selten kämpften wir zusammen. Doch er brachte eine Sache in meine Existenz, die auch diejenigen, die ich manchmal sprach, mir nicht bringen konnte. Ein Gefühl, dass ich nicht alleine war und eine Bestätigung, meine Taten waren rechtens. Er half mir die Botschaft meiner Prophezeiung in die Welt der Tiere hinauszutragen. Die Worte der Hoffnung für alle. Die Worte über eine gebannte Gefahr der Zukunft. Über Hoffnung für alle Tiere. Nie erzählte er mir etwas über sich. Doch ich fragte auch nicht. Es war schon immer meine Einstellung gewesen. Nur ein Wesen, das jemandem freiwillig etwas erzählt, kann dies ehrlich, mit Leib und mit Seele tun. Und dass Rubin nicht derjenige war, der viel Vertrauen schenkte, sah ich damals bereits. Auch machte er sich durch meine Worte und seine Art einige Feinde im Reich der Tiere. Doch es alles... Es alles schien ihm vollkommen egal. Und eines Tages geschah es dann, dass er mir von einem Kristall erzählte, welcher angeblich in der Lage sei, das Schicksal der Menschen zu besiegeln. Er führte mich an diesen Ort und lockte mich in eine Falle. All das Vertrauen, das ich in Rubin hatte, zerbrach in diesen Sekunden. Doch als die Kälte mich umschloss und mich in mein hundertjähriges Gefängnis sperrte, hörte ich nun seine letzten Worte, die er im Umkreis der Menschen aussprach, die ihn nur nutzten, doch nie verstanden. Und diese Worte waren es, die mich über die einsame Ewigkeit begleiteten. So nobel du sein magst und so viel sie mir auch genommen haben, niemals werde ich zulassen, dass eine Spezies aus Hass fällt. Diese Worte waren alles, was mir durch den Kopf schwirrte in den Jahren der Versiegelung. Sie brachten mich zum Nachdenken. Es war offensichtlich. Er war kein schlechtes Wesen. Er stand nicht zu den Menschen, da er mit ihren Taten sympathisierte. Er stand auf ihrer Seite, da er offen war. Er akzeptierte selbst die, die ihm alles genommen hatte, genug, um sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Es gab aufzugeben, um ihre Vernichtung zu verhindern. Sie hatten ihm alles genommen und er nutzte sein ganzes gebrochenes Leben im Geheimkampf gegen ihren Feind. Als ich Rubin so nach meiner Entsiedlung wieder traf, war ich voller Freude. Ich hatte über seine Worte nachgedacht und verstandene. Doch es zeigte sich, er hatte keine Erinnerungen mehr. Er war nicht mehr derselbe Rubin im Inneren, nur körperlich. Und nun zu sehen, was für ein Tier derjenige war, dessen zerstörtes Leben ich einst sah, erfüllte mich mit Freude. Immer noch brannte dieselbe Leidenschaft in ihm, doch seine Seele war nicht mehr gebrochen. Dass nun die neunte Generation der Familie meiner alten Freunde der Berenus-Blutlinie oder mehr simpel auszudrücken, Mira an seiner Seite war, verstärkte dieses Gefühl nur. Doch es schmerzte. Es schmerzte, das Wissen zu haben, was sie verlieren könnten. Sollten die beiden einen falschen Schritt gehen. Und diese Erzählungen waren letztlich auch genug, um die ereignislose Reise auf den Berg komplett zu überspringen. Nahe dem Gipfel ersperrte ich bereits ein Nest in einer kleinen Aushöhlung und wusste, ich war richtig. Bereits ihre Vorfahren hatten hier genistet. Und auch sie war nun hier. Ist jemand zu Hause? Hallo? Eine leicht krächzige Stimme ertönte. Rondo? Rondo? Bist du wirklich hier? Eine kräftige Adlerdame trat aus der Höhle hervor. Natürlich bin ich das. Du musst Phönix sein, nicht? Der Name dieser Adlerdame kann nun leicht verwirrend wirken. Auf all diejenigen, die den Phönix als einen Feuervogel kennen. Aber doch war dieser Adler kein Feuerelementar. Sie war die Vertreterin des Blitzes. Ja, das bin ich. Meine Familie hat über Generationen hinweg Erzählungen über dich zu mir weitergegeben. Du suchst mich also auf, damit ich Teil des Erwachens des Gottes der Harmonie werden kann? Ich sehe. Du bist gut informiert. Du machst es einfach. Also, bist du bereit aufzubrechen? Die restliche Gruppe rastet am Fuße des Berges. Kurz, schienen sie zu zögern. Doch natürlich brauchten manche einfach einen Moment vor einer derartig großen Mission. Natürlich! Lass uns losfliegen! Nur neun Stunden hatte ich nach oben gebraucht. Neun weitere würde es nach unten dauern. Die restlichen zwei Stunden würde ich der Gruppe trotzdem lassen. Sie konnten die Zeit sicher nutzen, um Phönix schon einmal kennenzulernen. Sie würde bestimmt weniger Probleme machen als Erra. Also begann nun der Abstieg. Bald werden wir wieder bei der Gruppe und bei Rubin und seiner Freundin. Und bei Rubin und seiner Freundin. Keine Sorge, alter Freund. Ich habe deine Worte bis zu diesem Tag nicht vergessen. auch, wenn du selber es vielleicht hast. Ohne sie hätte die Reise nie begonnen. Und nie hätte ich die ultimative Einsicht gehabt. Bald wird die Welt die ultimative Klarheit erreichen. Die Fehler der Vergangenheit werden schwindende. bald ist es soweit. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. �üß вас. Vielen Dank.